Mein Name ist Matthias Spenkel und ich bin Chorsolist an der Komischen Oper Berlin. Ich bin Sophia Linden und Chorsolistin an der Komischen Oper. Mein Name ist David Kavellius und ich bin Chordirektor der Komischen Oper Berlin. Wir haben dieses Jahr im September einen großartigen Erfolg feiern können mit dem Oratorium Das Floß der Medusa von Hans-Werner Henze, aufgeführt im Hangar im Flughafen Tempelhof. Und es ist wirklich ein außergewöhnlicher Ort, wirklich unglaublich toll für so außergewöhnliche Opernprojekte. Wenn ihr Lust habt, nächsten Herbst auch mit uns zusammen auf der Bühne des Hangar zu stehen, um eines der größten und bedeutendsten Werke der Musikgeschichte aufzuführen. Und wenn ihr Lust habt, mit einem international renommierten Regisseur und einem bedeutenden Barock-Experten am Pult zusammenzuarbeiten. Und wenn ihr mit uns singen und vom Orchester der Komischen Oper Berlin begleitet werden wollt, dann meldet euch jetzt mit eurem Chor beim Chorverband Berlin an. Und werdet Teil der nächsten Produktion in Tempelhof. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr im Hangar. Wir freuen uns auf euch in Tempelhof.